Guten Morgen Leute, nun das Video zum Text. Wird man auf diesem Planeten, sagen wir, wirklich nur noch verarscht? Mehr Gründe hier dafür. Was? Egal, weiter. Also erstens, Ami, Mondlandung. Wer glaubt denn den Quatsch? Die gab's nicht. Ja, das war im Studio oder irgendwo, ja. Zweitens, 11. September. Armeen. Weltradcenter, Sprengung, Flugzeuge. Flugzeuge, das war Animation, das war alles Leute verarscht. Das war alles eine gezielte Sprengung. Weltradcenter 7, ist auch kein Flugzeug rein, ist auch so eingeschätzt wie die anderen zwei Gebäude. Ja, das blendet ein bisschen. Moment. Drittens, Kennedy-Attentat. Der Schütze soll dreimal gleichzeitig Schuss haben, mit einer Pistol, Gewehr, keine Ahnung, drei Schüsse gleichzeitig. Respekt. Respekt. Super. Viertens, Bundesrepublik Deutschland. München wird nur Meister. Nur. Mehr geht wohl nicht. Fünftens, BRD, Stuttgart. Eine Stadt, drei Absteiger. Das kann auch was. Läuft. Sechstens, BRD, DSDS. Quatsch. Ist doch alles Scheißdreck. Ja. Siebtens, Bundesrepublik Deutschland. Deutschland. Merkel. Ohne Worte. Ohne Worte. Ohne Worte. Flüchtlingspolitik. Egal was. Alles Schrott. Ja. Alles Müll. Merkel. Und Updates. Achtens, Bundesrepublik Deutschland. Wetter. Mai. Arschkalt. Scheißwetter. Was ist denn da los? Wollt ihr uns verarschen? Ja. Wo sind wir denn? Neuntens, BRD, Flughafen Berlin, genannt BER. Wetter mal fertig. Weiß man nicht. Zehntens, BRD, Karlsruhe. Baustellenstadt oder Fächerstadt? Man weiß es nicht. Müll, Schrott, Scheißlade. Hoffentlich wird es bald fertig. Elftens, Türkei. Hörste? Hörterste? Die komme schon. Türkei. Erdogan. Ohne Worte. Die kommen aber jetzt nicht zu mir, oder? Gucken wir mal, was ich denn abmache. Heya. Oh. Ne, oder? Ist denn vorm Haus? Guck. Ah ne, oder? Brems oder was? Nächster Anschlag, oder wie? Jetzt mach mal den Ton doch aus. Ich bin ja gerade am Nachrichten spreche. Weiter geht's. Komm her. Hopp die nach. Ja. Zwölftens. Europa. ESC. Eurovision Song Contest. Die neue Wertung. Die neue Wertung. Ein Krampf. Jamie Lee Krivitz. Eleven Points. Ja. Elf Punkte. Letzter Platz. Aber sie hat sich zumindest im Gegensatz zu letzten Jahr verelffacht. Respekt. Ja. Was gibt's noch? Dreizehntens. Edil. Facebook. Es gibt Freunde. Freunde. Ja. Sogenannte Freunde, die keine sind. Ja. Die braucht man nicht. Das hat man merken in den letzten zwei, drei Wochen. Vier Wochen. So. Jetzt merkt man mal, was Freunde sind. Ja. Diejenigen wissen, die ich anspreche. Ja. So. Wer zum Teufel hat die Unehrlichkeit auf der Welt erfunden. Ja. Wer zum Teufel. Ja. Warum gibt's schlechte Dinge auf der Welt. Krieg. Krankheiten. Böses. Lügen. Verschwörungen. Niederlage. Was soll das? Ja. Wer sein Statement dazu geben will, kann dies bitte tun. Ich freue mich über jede Nachricht. Bis dann. Heya. Ja. Ich bin out. Ich bin Aus. 對不起.